Scheiße, das ist feuergeil. Oder? Ja. Ich bin im Fonto. Ich werde den Schliff fänkern. Ja, zeigen wir Ihnen morgen nochmal so wie wir saßen heute. Hier ist so ein schönes Lagerfeuer. Können Sie leider jetzt nicht so gut erkennen wie wir. Ähm... Wir müssen... Wir sind glücklich. Wir sind glücklich. Ja, wir müssen sparsam mit der Batterie, die Handys um... äh, Kamera umgehen. Äh, Handy-Kamera, weil... Wir haben noch zwei Tage vor uns. Eineinhalb. Auf Wiedersehen für heute ist das gewesen. Wir werden vielleicht noch ein, zwei Filme drehen. Ciao.